Hallo und herzlich willkommen bei Natural Addicted. Heute möchte ich euch mein neuestes Gear vorstellen. Das ist es auch schon. Und wen interessiert was das Ding kann und wofür es eigentlich gedacht ist, der bleibt jetzt dran und viel Spaß mit dem Video. Willkommen zurück zu diesem neuen Video. Und zwar möchte ich als allererstes der Firma Sunnyback. Möchte ich danken für diese coole Kooperation, diese coole Partnerschaft. Da habe ich vor kurzem die Firma Sunnyback angeschrieben und habe gefragt ob sie mir unter Umständen mal ein Solarpanel von ihnen zur Verfügung stellen möchten, dass ich das ganze austesten kann und für meine kommenden Touren als Gear, als neue Ausrüstung für euch testen kann. Zwar handelt es sich hierbei um das Solarpanel der Firma Sunnyback Leaf Pro. Das Leaf Pro ist eine mini Solarzelle, die speziell für den Outdoor Bereich entwickelt worden ist und das ganze möchte ich heute mit euch gemeinsam mal anschauen, möchte ich austesten und wir schauen uns das auch gleich an. Also das Leaf Pro, das wird in so einer Packung angeliefert. Die besteht natürlich aus Karton und das ist auch schon das erste was mir bei dieser Firma aufgefallen ist. Die schauen wirklich nicht nur, dass sie Produkte entwickeln, die für den Outdoor Bereich gedacht sind, sondern sie möchten auch das ganze sehr nachhaltig gestalten. Befindet sich auch nicht unnötiges Plastikmaterial, irgendein PVC-Überzug oder sonst irgendwas. So wenn ihr das Ding das erste mal öffnet, da kommt euch gleich einmal ein Zertifikat entgegen. Das sieht dann so aus und das ist wirklich sehr sehr cool, weil da steht wirklich schon alles drauf, was ihr wissen müsst. Was kann das Gerät eigentlich, für welche Werte ist es ausgelegt und wie hat es sich in Laborbedingungen geschlagen. So in dem Fall habe ich jetzt hier ein Testzertifikat, das aussagt, dass mein Solarpanel, das ich jetzt hier bekommen habe, sogar mehr anbietet, mehr Effizienz hat, als eigentlich vom Hersteller mindestens angegeben. Er ist grundsätzlich mit 7,5 Watt ausgestattet, hat jetzt bei mir hier 7,73 Watt in Laborbedingungen. Ja der eigentliche Grund, warum ich gerne so ein Solarpanel haben wollte, war natürlich nicht nur der, dass ich aktuell auf der Suche nach so einer Lösung war, sondern auch, dass diese Firma in Österreich niedergelassen ist. Das Solarpanel selbst ist für den Ultra Light Bereich gedacht und wiegt nicht mehr als 400 Gramm, was natürlich absolut optimal ist. Es lässt sich biegen, nicht knicken, aber biegen. Das heißt, ihr könnt es auch außen am Rucksack perfekt anbringen. Es hat auch wirklich mehrere Möglichkeiten. Ihr habt außen verstärkte Laschen an jeder Seite, das heißt insgesamt vier. Das könnt ihr dann entweder mit den mitgelieferten Klettbändern, Saugnäpfen oder Karabinen an dem Rucksack, am Balkon, an der Terrassentür, wo auch immer festgeben und könnt dann damit eure Endgeräte aufladen. Auf der Rückseite habt ihr dann sogar noch Haken fixiert, die an jeder Lasche befestigt sind prinzipiell. Da könnt ihr auch noch optimal Paracord oder sowas verwenden. Das mache ich sehr gerne, weil dann könnte es oben einfacher anhängen und unten mit dem Paracord dann einfach festziehen. Grundsätzlich hat das Solarpanel eine Energieeffizienz von circa 22 Prozent. Das ist schon relativ hoch, speziell jetzt für so ein kleines Gerät. Dieses Solarpanel hat drei verschiedene Stufen. Es hat die Stufe, dass ihr ungefähr bei fünf Stunden euer Endgerät auflädt, ladet bei drei Stunden und dann auch bei zwei. Die Voltanzahl liegt bei fünf und die Ampereanzahl bei 0,5. Grundsätzlich hat es wie gesagt schon 7,5 Watt im besten Fall. Das heißt, wenn wirklich die Sonne direkt drauf scheint und im Optimalfall auch im 30 Grad Winkel. Das ist wirklich die beste Art, das Solarpanel zu platzieren, damit ihr die optimale Leistung aus dem Ziehen könnt. Was auch sehr sehr cool ist, es ist grundlegend wasserfest. Das heißt, das Solarpanel kann durchaus auch Wasser abbekommen. Wo ihr noch aufpassen müsst, ist eben bei der Buchse. Ihr habt hinten eine USB-Buchse, an die ihr so ziemlich jedes Endgerät anschließen könnt. Am besten funktioniert es natürlich bei Smartphones, bei vielleicht Powerbanks auch super und ja, irgendwelche andere Endgeräte. Ich lade auch gerne meine GoPro Akkus darüber direkt auf. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist wenn ihr eine Powerbank dazwischen schaltet. Diese funktioniert auch omnidirektional. Das bedeutet im Endeffekt, dass ihr die Powerbank mit dem Solarpanel betreiben könnt und gleichzeitig aber euer Endgerät mit der Powerbank aufladen könnt. Das bedeutet einfach grundlegend, dass eure Powerbank Saft bekommt, euer Endgerät Saft bekommt und das ganze wird eben dann über das Solarpanel gesteuert. Ich darf es gar nicht unterschätzen, die Sonne ist wirklich ein sehr sehr großer Energielieferer und das muss nicht unbedingt mitten im Sommer sein. Es kann auch im Winter sein. Das wichtigste ist, dass das Solarpanel möglichst wenig Schatten hat. Was mich auch interessieren würde, verwendet ihr sowas überhaupt? Und wenn ja, schreibt es unten in die Kommentare, was für ein Solarpanel, welche Größe, welche Leistung und ob es euch gefällt. Eine Zusatzfunktion, die euch gerade im Outdoor-Bereich wirklich einen großen Vorteil bietet. Und zwar nennt sich die Outdoor-Restart-Funktion. Diese Outdoor-Restart-Funktion sorgt dafür, dass ihr, wenn ihr mal in so einen Schattenbereich kommt oder es stark bewölkt ist, sich die Solarzelle nicht gleich komplett wegschaltet und ihr müsst euer Gerät nochmal komplett neu verbinden, sondern es wird kurz ausgeschalten und wird dann von selbst wieder gestartet, wie der Name schon sagt. Das heißt, auch wenn ihr mal in einen Schattenbereich kommt und die Solarzelle nicht in optimalen Sonnenenergie bekommt, startet sich das ganze von selbst neu und euer Gerät ladet. Getestet bei den verschiedensten Wettbedingungen. Ich muss sagen, das einzige, wo ich wirklich kaum bis gar keinen Strom bekommen habe, weil da war es wirklich sehr stark bewölkt. Da habe ich gar keinen Strom bekommen, aber heute zum Beispiel, es ist wirklich auch relativ bewölkt und trotzdem lädt es mit einer Energieklasse, die mir grundsätzlich laut Gerät um die drei Stunden mein Endgerät auflädt. Ich bin auch sehr, sehr viel am Fluss unterwegs, wie ihr wisst. Dadurch habe ich da vielleicht schon die Möglichkeit, das auch auf meinem Packraft anzubringen. Ich werde das Solarpanel natürlich noch ausgiebig für euch testen. Das wird auch zukünftig immer auf meinen Touren dabei sein, damit ich auch mehr autark unterwegs sein kann. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung auch einen Affiliate-Link mitschicken. Darüber könnt ihr das Ganze dann gern beziehen. Ich möchte mich bei der Firma auf jeden Fall nochmal extrem bedanken. Das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass ich das Produkt einfach so bekommen habe und so fürs Austesten bekommen habe. Also Grüße gehen nochmal raus an die Mitarbeiter, die mir da geholfen haben, das Produkt zu bekommen. Die Lieferung war richtig schnell und wie gesagt auch sehr umweltfreundlich gestaltet. Alles mit Karton noch in so ziemlich jeden Rucksack hinten beim Rückenfach einfach reingeben. Das ist schon echt genial und ihr könnt es natürlich auch bei der Armatur, bei der Winterscheibe, beim Auto einfach so hineinlegen. Ich muss sagen, für Wanderungen ist das absolut perfekt geeignet. Man spürt es wirklich gar nicht durch die extrem wenigen Gramm, die das Produkt hat. Und das LeafPro ist einfach sehr sehr hoch qualitativ produziert. Man merkt das auch sofort, auch wenn man es in der Hand hat. Das geht wirklich nicht so schnell kaputt, da bin ich mir ganz sicher. Und ja, also für Wanderungen absolut perfekt. Und für Packref Touren werden wir uns das Ganze natürlich dann noch näher anschauen. Ich werde jetzt meine Geräte noch ein bisschen mit dem LeafPro laden lassen. Aber das war es dann eigentlich auch schon wieder. Ich wollte euch nur ein Update geben, was ich aktuell in Verwendung habe, welche Ausrüstung und vielen Dank nochmal an Sunnybag. Wer es Bock hat, schaut es unten in die Videobeschreibung rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch. Abonniert den Kanal weiterhin. Es wird richtig geile Abenteuer noch geben, die ihr nicht verpassen dürft. Ich wünsche euch natürlich alles Gute bis dahin. Stay addicted. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.